ja willkommen zurück bei extatica in der letzten folge haben wir ja das nächste ältesten zeichen erhalten also das zweite haben wir so ein kleines kreuz mitgehen lassen und wir sollen jetzt irgendwo auf einem friedhof den nächsten gegner finden friedhof ist ja wahrscheinlich nicht im schloss also irgendwie heraus aber jetzt kann man auch die roten türen erst mal gucken wo es dahin gehen ach da ging es ja schlossene türen überall liegen leiche oder teile davon aber uns geht es gesundheitmäßig so gut dass wir die flasche einfach liegen lassen mal die türen dort oben was da dahinter ist da kommen wir jetzt rein überspringen so ist springen ich kann noch mal ein paar aktionen ausprobieren also schlagen stechen um die kurve treten so dann haben wir jetzt kombiniert ah ein rundum schlag gibt es also auch wenn von allen seiten gegner da sind also wir wollen auch versuchen hier drüber zu springen sehen ob das geht und mit anlauf ha 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 wie lange das wirkt. Ich würde mich eigentlich jetzt heilen. Naja, dann erstmal unsere Kreuze. Ach ne, dann erstmal die Stiefel hier. Da kann man nicht den Schleim vorne wegmachen. Giftschleim. Ok, jetzt haben wir zwar wieder sichtbar, aber wir haben das Stiefel zum Beispiel. So. Ist dann unsichtbar, der da jetzt in der Ecke ist, der da jetzt liegt, wo ist das Kreuz? Naja, egal. Vielleicht seine Überreste. So, gucken wir mal, was hier noch ist. Ah, da kann man jetzt drüber latschen. Was ist denn du in der Moon? Wow. Hey. Oh. 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 Oh, so. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, naja. Im Schloss waren ja noch einmal einige Tieren. Die verschlossen waren. Na, komm her. Können wir jetzt hier nochmal gucken. Die haben wir bestimmt schon. Kann sein, dass der eine größere Reichweite hatte, den wir hatten. Das ist ein Streitkölben. Oh, das ist ein Streitkölben. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, hier ist noch ein Tier, genau Seht, da auch was Bescheids drin ist Eine Treppe, die in den Keller führt Da glänzt was Das ist das leuchtende Schwert, was wir auch erst hatten Die sind noch viel mehr Schwert Ah, das ist ein ganz einfaches, ne Ist das eine Art Waffenkammer hier? Oder Rüstkammer? Okay Scheiben wir erst mal nicht zu benötigen Guck mal, man muss denn die Tür finden? Ne, hier, hat man schon alles? Nur noch auf der anderen Seite Oder war man da gerade? Ah, ich glaube, wir sind dann einmal durchgeladen Also gut, oben gucke ich jetzt nicht erst Jetzt können wir doch mal wieder ein Flesch wieder bauen Okay, wir gehen wieder raus Kein Flescher Wo war denn jetzt das Tor? Hier war das Polktor, ne Das will man bis jetzt aufkriegen Auch nichts fallen gelassen Genau Genau, noch zu Aber vielleicht kriegen wir es jetzt aufgehakt Ja, gepriesen sei sie So Jetzt kommen wir aus dem Schloss raus Ist das eine Burg gerade? Tja Mal gucken, wo wir hin müssen Mal wirklich hier ins Gestriff rein Hier geht es nicht weiter Mal gucken, wo wir hin, wo wir hin Mal gucken, 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 wo wir hin Achso, unsichtbar Auch nicht schlecht So Mal gucken, wo wir hin Mal gucken, wo wir hin Andern Abzweig nehmen Ah, ja gut Ich bin doch die anderen Mal gucken, wo wir hin 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 Oh, was ist das? Nichts Gutes, fürchte ich. Gut. Gucken wir eigentlich wo ganz anderes hin. Wir suchen ja einen Eingang zum Friedhof. Ich muss richtig in Erinnerung haben. Ich bin jetzt auch noch an zu regnen. Das ist ein Ausblick. Hm. Wohin ist mal lang. Eine Karte müsste irgendwo hier drin sein. Ist das eine Wand? Nee. Ah, da. Da müsste unser Kreuz passen. Oh. Ah ja, es geht auf. Hier kommt schon wieder so ein Monster. Du warst auch hier. Gut, der ist schon hinüber. Wo ich das andere hingelegt habe. Ich kann ja jetzt auch wieder zwei was tragen. Aber mehr ist hier nicht. Gehen wir wieder aus. Die normalen Schwerer sind nämlich Wehrwölfe unbesiegbar. Falls wir hier auch welche treffen. Dann ist mountains. Dann só wir. Gehen wir auf. Oder geht's noch hin Oscol. Da muss Adrian 那 bacслó bide was mit derrasse aussehen. Oh. 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 Was waren die Werbeln, weil die Feder, die schnell nicht mehr uns erwischt. Ja, hab nicht viel gebracht, aber da ist jetzt noch eine Flasche, die nehmen wir auch mal auf. Gut, ich hab zwar die Farbe nicht richtig erkennen können, aber es war offenbar nicht falsch. Was glitzert hier so? Oh, da bin ich jetzt. Teleporter hat mich irgendwo hingebracht, wo Geld ist. Und hier ist wieder eine andere Waffe. Zauberstab, mhm. Vielleicht guck ich mich erst noch mal im Friedhof um. Vielleicht komm ich da wieder zurück? Oh, ne, komm ich nicht zurück. Äh, jetzt muss ich den ganzen Weg laufen. Na ja, wir wissen jetzt, wo es ist. Keine Fläschel. Vielleicht hast du was für uns. Nein, hast du nicht. Also schnell zurück. Okay. Na ja, jetzt wollen wir langen müssen. Dann ziehen wir ein Stück raus. Hier jetzt seitlich, ne? Und immer geradeaus. Ja, ja, ja. Was noch hier noch? Comics? Ah, er hat eine Flasche verloren. So, die Flasche wird noch nicht mit. Äh, das ist eine Schriftrolle, Mensch. So, er hat zum Glück nicht Schaden gemacht. Was heißt denn alles Längers? Komisch. Oh, kommt er noch raus, oder was? Guck mal, was hier hingeht. Wow, was du denn für einen? So. Ah, hier geht's nur um. Muss ich meinen Mund abwischen? Genau. Wo liegt das? Okay, ist leer. Geh mal hier zur Seite. Okay, muss man hier zur Seite. So, jetzt könnte ich meine Fläche schon wieder gebrauchen, oder? Ist hier was drin? So, jetzt geht's ja nur noch Dietz hier. Ne, da sind wir reingekommen. Ah, ich sehe zwar die Farbe nicht, aber wir trinken es jetzt. Okay. Ein bisschen hat's geholfen. Sind wir die? Da war noch ein Durchgang. Hey. Mal sehen, wo das hier hingeht. Naja, nicht schon wieder so einer. Noch einer. Noch einer. Vielleicht müsste ich mal ein bisschen zaubern, aber das ist halt nicht schwierig zu treffen. So ist es einfacher. Gehe ich immer geradeaus oder gehe ich jetzt hier rüber? Mal sehen. Das ist eine Rüstung. Ja. 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 warst ich habe jetzt eine rüstung neues item die rüstung sozusagen gegen was immer die auch hilft aber als rüstung selber wird es ja nicht angezeigt also mal sehen für was das gut ist und hier geht es auch noch mal rein hier scheint nichts zu sein hier kommen wir her nichts fallen gelassen jetzt gehen wir mal dahinter ich glaube es auch nicht nichts erstmal geradeaus oder hier nicht? erstmal geradeaus hier scheint nichts zu sein und dann hier dann nicht schon wieder Eier wenn ich das Winster auch heilen könnte ich glaube ich habe schon das Maximum der Zauberkraft erreicht was ich haben kann komm ich renne jetzt einfach geradeaus r esa die Ah, wir müssen uns auch drausen. Ja, ich werde schon fallen lassen. Ha, das hat gut getan. Oh mein Gott, lesen wir das halt auch noch. So. So, und beim nächsten Mal schauen wir uns das dann hier wahrscheinlich mal ein. Aber jetzt muss ich erst mal wieder gegen die Viecher vorgehen. Und da kommt noch eine dumme Späne. Und da kommt auch ein Zombie. Irgendwann muss auch schon mal Schluss sein hier. Wir kommen hierher. So. Und heute würde ich sagen, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir, wie es hier weitergeht. Und da kommt der nächste Zombie. Und den nehmen wir uns noch vor. Vielleicht hat er ja noch ein Flashl weiß ich. Ne, scheinbar nicht. Doch. Haha. Gut. Also dann, macht's gut. Buddhist. Good. Look at her stilllaus.